Heute treffe ich einen Herrn, der hat mich zu fressen geerbt. Weiche Teile und auch alle Stiegen aus der Speisegart. Das ist mein Teil, dein. Mein Teil, dein. Das ist mein Teil, dein. Mein Teil, dein. Die stumpfe Klingel gut und recht. Ich blute stark und mir ist schlecht. Ich muss ich auch mit der Ombach kämpfen, die jetzt weiter untertreffen. Ist doch so gut gewürzt und so schön flabiert und so nebevoll auf Porzellan serviert. Das ist mein Teil, dein. Das ist mein Teil, dein. Mein Teil, dein. Das ist mein Teil, dein. Mein Teil, dein. Mein Schrei wird zum Himmel fahren, schneidet sich durch Eckenstahl. Von Lunkendapel, Feder und Fleisch, auf meine Kindheit gebreit. Und das ist mein Teil, dein. Das ist mein Teil, dein. Das ist mein Teil, dein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020